Bevor ich es wieder vergesse, spreche ich auch direkt noch das Intro ein, dachte ich mir, hallo aus Girokasta, wir gucken uns jetzt die Stadt an. Es ist ein weiter, weiter Weg. Ich bin nämlich auf dem Campingplatz und muss jetzt eine ganze Weile durch die knalle Sonne laufen. Los geht's! Hallihallo, wir sind zu Fuß unterwegs. Und zwar bin ich in Girokastra auf einem Campingplatz, weil irgendwie war nichts zu finden, wo ich stehen konnte. Und jetzt laufe ich vom Campingplatz in die Stadt. Es ist ein ganz schönes Stück, da kommt wieder das Fahrrad ins Spiel. Also ich werde, wenn ich heimkomme, bei kleinen Anzeigen nach einem Fahrradträger gucken. Ich habe hier so ein schickes Tuch auf dem Kopf, weil es einfach bullig heiß ist und ich habe das nass gemacht und das ist echt angenehm. Ich zeige euch mal hier die Straße, die ich jetzt langlaufen muss. Nicht so nicey, aber was soll ich machen? Ein Fahrrad wäre natürlich viel, viel geiler, habe ich aber nicht. Ich habe echt Angst, die fahren ja wie die Irren hier. Aber ich habe auch keine Lust, 5 Euro für den Campingplatz Shuttle Service zu zahlen und dann auch wieder zurück. Also einen Weg hätte ich vielleicht gemacht, aber oh ja, laufe ich halt. Bisschen Abenteuer, Abenteuer mal anders. Ja, guck, der Kamera ist es auch schon zu viel, die Hitze, der Stress, die Autos. Na egal, auf jeden Fall laufen wir jetzt nach Tirokasta, fertig. Oder wie das auch immer heißt, das Ort. Hier ist der Campingplatz, ist ganz schön, die Berge drumherum, finde ich ganz cool. Kostet allerdings 20 Euro, fände ich super, wenn ich zu mehreren wäre, weil das ist pauschal für den Städtplatz. Und ja, also egal wie viele Personen, ist ein bisschen schade, weil ich bin ja alleine unterwegs. Und wäre ich zu viert, würde ich auch nur 20 Euro zahlen. Schade, aber so ist es nun mal. Ja, was soll ich sagen. Blue Eye war mega cool. Habt ihr ja die Bilder gesehen. Und mal gucken, wie es Tirokasta wird. Kastra, Kastra. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Los geht's, weiter geht's. Da hoch wollen wir. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt sieht. Aber da auf dem Hügel ist die Burg, da wollen wir hin. Tirokastra heißt auch die Stadt der tausend Stufen. Ja, bin ich mal gespannt, ne. Wie anstrengend das jetzt gleich wird. Guckt, was ich cooles entdeckt habe. Ein Verkehrsübungsnetz und Fahrradübungsplatz. Erinnert ihr euch noch an die Fahrradprüfung? Musstet ihr das auch mal in der Grundschule? Also ich habe ja mit Wimpel bestanden. Und ihr so? Voll cool. Ja, wir sind auch schon bald da. Guckt, da vorne. Seht man schon den Turm von der Burg. Auf der Suche nach der Altstadt. Ich habe nämlich mein Internet im Bus vergessen. Und jetzt, ja, so steige ich Berge und weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Hier unten bin ich. Und da oben, ich weiß gar nicht, ob ihr das Türmchen sehen könnt mit der Uhr, da will ich hin. Puh, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Übrigens, Stadt der tausend Treppen, also ich gehe nicht durch die Altstadt, scheinbar da, wo die Treppen sind, weil ich hatte noch keine Stufen. Schönes, es gibt Schatten und es gibt Wind. Das ist großartig. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Okay, ich schätze ich bin in der Altstadt, es ist gleich hoffentlich voller hier. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir sind da und wir sind drin im Castle. 400 Lecker hat es gekostet. Vielleicht sollte ich mich da drüben der Führung anschließen, damit ich auch überhaupt was mitkriege. Es würde wohl den Rahmen dieses Videos brechen, jetzt hier die Geschichte zu erzählen. Aber sie beginnt auf jeden Fall 700 bis 500 BC. Also es hat auf jeden Fall eine lange, 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 lange Geschichte. Ja. 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 Da hinten 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 ist übrigens der Campingplatz dieses langgezogen auf der grünen Wiese, was man da sieht. Da sieht man ja schon ein bisschen, dass es ganz schön weit ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich ja von da hinten irgendwo in die Burg reingegangen bin, habe ich nachher noch ein ganz schönes Stückchen zu laufen. Da habe ich mir dann meine Nudeln mit Pesto und Würstchen aber sowas von verdient. Das gibt es nämlich heute zum Abendessen. Aber erstmal noch ein bisschen weiter wohl gucken. Gefällt mir super gut. Also lohnt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach. Aber ich bin halt auch so ein Burgen-Fan. und dann wollte ich mit ich meine Nudeln... Es ist übrigens Viertel nach vier, nicht Viertel nach zwei. Ich weiß gar nicht, warum der Viertel nach zwei steht, ob die einfach nicht mehr funktionieren oder ob das ein Grund hat, dass die zwei Stunden nachgeht. Das muss ich wohl mal recherchieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist so windig und es ist so, so cool, aber ich habe so, so Hunger, dass ich jetzt mal zum Campingmasse zurücklaufe, es dauert ja auch noch eine Weile. Super, noch 30% Akku, natürlich keine Powerbank dabei. Da muss ich jetzt mal sparsamer sein mit dem Gefilmer. Das sieht ein bisschen aus wie Gefängnis. Musik 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 So, letzter Blick zur Burg und ich laufe jetzt schnell zurück zum Campingplatz. Und da gibt es dann lecker schmecker essen. Und vorher gehe ich noch mal duschen. Oder ich esse erst und gehe dann duschen. Mal gucken. Bye, bye. Schön war's. Ich habe übrigens mal wieder keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, aber er ist auch zu Fußabenteuerlich. So sieht es hier übrigens aus, wenn ich mein Nachtlager aufgeschlagen habe. Total gemütlich, total kuschelig. Ich schlafe einfach lieber unten irgendwie. Unten mit Dach offen finde ich super. Oben da muss ich dann echt schon vorne ein bisschen höher stehen, damit ich es da irgendwie gemütlich finde. Keine Ahnung warum. Aber so sieht es hier aus. Sehr, sehr kuschelig auf jeden Fall. Heute Nacht war es frisch, deshalb habe ich hier noch die extra Decke dabei. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, was ich heute mache. Fahre ich weiter oder mache ich einen Pausentag? Ich bin unentschlossen. Ich mag das nicht. Musik Musik Hallo, ich mache heute mal wieder Pausentag, denn ich möchte das nächste Video schneiden. Und außerdem habe ich mal meine Bettwäsche gewaschen und noch so ein paar andere Sachen. Und deshalb stehe ich heute noch mal auf dem Campingplatz. Ich zeige euch mal mein Plätzchen. So, da stehe ich mitten in der Sonne leider, weil gestern waren alle Schattenplätze belegt. Heute sind sie natürlich alle frei geworden, aber ich parke jetzt nicht noch mal um. Da hinten trocknet schön. Die Bettwäsche ist schon fast trocken. Und ja, ich sitze schön hier hinten unter der Heckklappe im Schatten. Und warte jetzt noch ein bisschen, bis das Video vielleicht hochgeladen ist. Mal gucken, wie schnell das funktioniert, ob es funktioniert. Und dann werde ich noch mal in die Stadt gehen. Ja, und dann schaue ich mal nach Postkarten und nach ein paar Mitbringseln für meine Patenkinder und so. Und habe noch ein bisschen Bewegung. Es ist super heiß heute. Heute ist es leider nicht so windig wie gestern, weil der Wind gestern, der hat echt geholfen. Den haben wir heute nicht, aber es wird bestimmt trotzdem ganz wunderbar. Und ja, sonst werde ich noch ein bisschen Buch lesen und Fred mal ein bisschen ausfegen und solche Sachen. Und weil es heute alles nicht so spannend wird, sehen wir uns dann einfach morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hallihallo und guten Morgen. Ihr wisst Bescheid, das Video soll nicht so lange werden. Deshalb ist hier jetzt auch Schluss. Das war Giro Kastra und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, ihr wisst Bescheid, über einen Daumen hoch, einen Kommentar und ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.